Wenn einfach jemand random zu dir kommt und Fotos machen will, man kennt es. Was hat er jetzt davon? Ja, ist klar. Vielleicht diese Träume. Oh nein, nicht der schon wird. Ich glaube ich will. Ach, dafür waren die Fotos. Wie bescheuert, Alter. Oh, komm. Man hätte es sich aber eigentlich fast denken können. Oh. Ich wiss schon, kann ich auch eins. Wenn das Auto einfach durch die Tür passt. Ich würde drei nehmen. Ich nehme dann Dorte 2. Ach, das kenn ich. Das war aber auch cool. Eigentlich bester König, Alter. Ohne überhaupt zu fragen. Gut, der wurde auf frischer Tat ertappt. Wenn sogar die Königin mitmacht. Und der Henker. Heißt der eigentlich auch Henker, der an die Axt schwingt? Ja, oder? Ja, klar. Fein, wie kann man das nicht mitkriegen? Also, die sollten sich jetzt auf keinen Fall mehr in diese Ländereien erwischen lassen. Der arme Mann feiert seinen 85. alleine. Schöne Kindheitserinnerung, kann man sich nicht beschweren. Oh verdammte, was denn? Jahre später kommt der Boomerang erst zurück? Wo war denn der? Verdammt, nochmal. Ist der durchs Weltall gekleidet? Verdammt. Das ist aber ein krasser Boomerang, kann man sich nicht beschweren. Ja gut, ich würde mich über drei Diamanten auch so freuen. Ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, bei meinem Glück, wenn ich das machen würde, ich würde bis zu meinem Lebensende schürfen und nicht einen einzigen Diamant finden. Und er findet auch einfach zwei. Drei. Oh Gott! Ja, er findet auch gleich vier Stück. Drei. Okay, es sind drei. Oh Mann! Wie ist denn das passiert? Er ist einfach in Dings-Jubi in hier rein! Sehr gut! Perfekt! Gage Vier! Okay! Oh nein! Geh doch da nicht rein! Stell dir mal vor, das ist Carina! Ja, äh, feine Destination lässt grüßen, ich würd jetzt nicht mal in dieses Flugzeug steigen. Oh, eindeutig feine Destination. Oh nein, ich ahne Schreckliches. Ich wusste es. Ich wusste es, oh nein. Das war so offensichtlich, als es so schnell abjauend ist. Aber sie hat in Zukunft vorher gesagt, man kann sie nicht beschweren. Oh oh. Oh, das kenn ich. Aber stabiles Brot, Junge, singt sehr schnell. Einfach so. Diese Gabeln sind immer zu geil. Ja gut, wenn der halt noch mitfrisst, Mann. Oh. Ich hab eigentlich gedacht, es fliegt jetzt in seinen Mund. Ach, nicht dein Ernst, das kann doch nicht wahr sein. Der ist aber auch überall, Alter. Sehr gut. Das war mal ein, also das war wirklich ein Unfall. Da kann man sich nicht beschweren. Er hat seinen Auftrag unfallsmäßig erledigt. Ja, schweiß die Kugel einfach so hin, ey. Junge, die kann die kaum tragen. Was soll das denn werden, Alter? Oh, oh, ich adle Schlimmes. Okay, das hab ich jetzt nicht vorausgesehen. Ich dachte, die Kugel fliegt nach hinten. Aber so blöd kann man doch nicht sein, sich vor den Werfer zu stellen, Alter. So was Blödes. Ja, der hat's wenigstens richtig abgebissen und den Knochen ganz gelassen. Junge, der haut ja rein wie so ein Guckuck. Ah, huf. Und dann der Erz erstickt, die jetzt so, Tatsache. Wenn jetzt wieder der Auftragsmörder kommt. Oh, okay, gerettet. Ah, genau das Wort, Tatsache. Das kenn ich noch. Bessere Verruf, Emma. Alter, so eine Super- Da brauchst du keine Feuerwehr mehr, Alter. Da würd ich aber hoch abhauen. Aber sie wollte es ja. So kann man sich nicht beschweren. Er hat sie nicht absichtlich umgebracht. Sie hat sozusagen gewollt. Das war geil. Da waren mal wieder viele dabei, die ich nicht kannte. Das war cool. Maar es ist ja. Butter, das war ja okay. Das war so, ich habe auch schon gesund. Aber noch ein blö�umerOSE mitgekehrt. Ich komme jetzther um 싸퍼. Ich komme jetzt. Überrasch' nochАugle. Oder oder? Ich bin hier. Och ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.